Oh, ja, da haben wir wieder einen Text. So, dann passen wir den Text nochmal ein bisschen an. Okay, gut. Ändern nochmal den Text. Ja, so sollte es gut sein. Okay, dann passen wir das nochmal an. Das sollte so passen. Dann nutzen wir nochmal ein bisschen Magie und... Alles klar. Und voila. Nice. Ich glaube, das wär's jetzt mal für heute. Oh, was macht ihr denn hier? Ach, was ist das für eine Frage? Wir wissen alle, warum ihr hier seid. Ja, ihr habt den Titel richtig gelesen. Ich höre mit den Übersetzen erstmal auf und mache eine Pause, die vielleicht Monate oder Jahre gehen wird. Der Grund dafür ist ganz einfach. Es liegt nicht daran, dass ich es in die Form nicht mehr mag. Ganz im Gegenteil. Doch das Leben holt jeden einmal ein. Heute, am 1. August 2024, habe ich vor genau drei Jahren meine erste Übersetzung erstellt. Damals als Schüler, der sein Abi gemacht hat, wollte ich einfach mal ein Nebenhobby haben. Aber meine Schulzeit ist schon lange vorbei. Und so finde ich, ist es auch gerecht, dass die Übersetzungen auch einmal ein Ende finden. Wer weiß, vielleicht kehre ich in einigen Jahren wieder zurück. Aber bis dahin ist dieser Kanal erstmal flachgelegt. Mit flachgelegt meine ich übrigens nur, dass ab sofort halt keine Videos mehr kommen. Aber ich bleibe natürlich weiterhin aktiv in der SNG4-Community. Ihr werdet mich sicher noch woanders in der Zukunft sehen. Aber fürs Erste möchte ich mich bei jedem von euch für die letzten drei Jahre bedanken. Das war mir wirklich eine Ehre, euch buchstäblich mehr als die Hälfte aller SNG4-Videos übersetzt zu haben. Na dann ist es wohl Zeit, sich erstmal zu verabschieden. Auf Wiedersehen, liebe deutsche SNG4-Community. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ataasch-zDF für funk, 2017 Vielen Dank.